Herzlich Willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Super Mario Bros. Im letzten Part sind wir doch schon weitergekommen, haben schon ein bisschen was erlebt und machen da jetzt dem Impressen weiter. Also wir haben schon die zweite Welt und die dritte Welt angefangen. Ja. Also ihr seht, wir haben schon einiges geschafft und da geht es jetzt weiter. Einiges. Ja, ist ja in der Tat so. Zwei von acht Welten. Ja, im Verhältnis von anderen Parten haben wir jetzt ein bisschen was geschafft. Dann machen wir jetzt weiter. Ja. Ich glaube das ist ein Falschgekehr. Oh, da wundert man, weshalb nichts geht. Was hast du grad gedrückt? Was falsch ist? Geh noch mal raus. Ja, wenn es jetzt einem Stopp nicht drin ist. Stopp. Nein, den wollen wir nicht speichern. Wir wollen den hier spielen. Genau. So, jetzt haben alle den Speicher-Stand nicht doch mal zerbisschen. Kurios. Zuerst aufpassen, dass man da nicht irgendwas, falls es drückt. Ja, sonst soll man auch ein bisschen lebenslos. Sonst hat man ein bisschen Problem, ne? Und das wär's nett, äh, so geil. Und was, was man unbedingt müsste. Warum guck das manchmal so nervig? Oh, das mein ich. Ja, weil ich könnte das Salz es können. Das könnte tatsächlich werden, aber darauf klatschen, wo ich so schlecht sind. Das ist auch irgendwo. Nein, die Weint Macht ist irgendwo gewesen. Naja, wie war der Stoß vor Orson war das ein bisschen sehr geschummeltes display wenn wir auf einmal von der dritten in die achte welt kommen nein stirbt äh da broder 8 oder kommt da wieder wenn du back up ich dachte es gibt Arschlumpen lass doch das Ding in Ruhe ich will nicht riskieren dass das Ding doch immer kommt ja manchmal kommt es dann auch wieder ja eben tu lieber einfach weiter gehen ich will auch Coins machen ja trotzdem lieber aufgeliebe aufgemacht ja Coins ist dir sicher es ist nicht mehr besser im Optimus er macht ziemlich viel du hoi du 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 und ich würde alle künken ich denke ich hör dir was ja action machen schon mal toi 19 39 damals gesagt und stehen 80 80 der kam er ja seitens auch das merken ja da hat er vor fünf jahren natürlich schon Mario Maker Release ähm wann war denn das 2015 ja wenn es fünf jahre wenn ihr jetzt 2000 irgendwann dann ist baumecker ziehen und die baumecker ziehen ist aus dem fall die baumecker ziehen jetzt habe ich gerade einen Fall verloren ähm war der 30. Geburtstag von Mario ne das haben wir dann 35 und bald und dann 40 50 wie ist das wie ist das Ananas ja noch eine und man denkt was ich meine das war vor 30 Jahren aktuell wenn man mal denkt 35 was in 35 Jahren alles getan hat und das ist Wahnsinn und dann schauen wir mal drauf wenn wir mal Kinder haben was die dann so socken ja kommt der Kranke wie AG also also ist das das ist ja das geile die damalige Generation wo wir jetzt die Kinder sind ne zum Teil wuchsen die damit auf zum Teil aber auch nicht weil das einfach noch so alt dafür sind ne oder aus anderen Gründen damals noch keine Geschwisterung einfach gesorgt haben ne und das ist sobald wir immer alt sind und Kinder haben sind wir als Videospielen viel offener wie es unsere Eltern dann eventuell noch sind das ist was es damit irgendwie sagen wollte und dadurch dass wir halt dann offen aus Videospielen sind denk ich mal dass wir uns als Eltern dann mehr vor Videospielen durchaus noch interessieren könnten wie zum Beispiel unsere Eltern es jetzt für unsere Videospiele tun weil es gibt schon Eltern die sich dafür interessieren aber die meisten Eltern tun es ehrlich gesagt irgendwie nicht so irgendwie nicht so genau Nein das ist ja auch so Widerspiele nee gar nix vermissen muss ganz dann los oder was in Widerspiele ist was tolles ist es ist einfach so ähm sind in einer gewissen Art auch Kunst ja irgendwas was ich immer immer was ist zum ja Erziehung Eltern geht nein bitte Mhhh jetzt hab ich ein Leben verloren Aaaaaah unertweck du Hund ich weiß äh wenn ich speißern? speißer! Nja hey wir haben noch nen alten Stand Swidoo? Nein du rück nichts Was hab ich verdrückt? Oh krass noch probkomm um den Glauben zu füllen ich bin gerade leichter wird also ich glaube wir müssen einen alten Speicher schon draus kriegen das glaube ich auch ja das ist es kompliziert so einfach einen kleinen Cut gerade das ist der gute Phil hat gerade gemerkt einen Emulator zu bedienen ist ja kein Emulator in dem Sinne dann hast du es eh so runter gebrochen und vereinfacht vergleichst du den Emulator aber hier sowas zu bedienen that's not easy das Ding ist beim restigen Emulator hat man halt auch wirklich so 12 ja so 12 Slots und da tun mir immer 3-4 Fallspeicher also da versennt nicht mal einen versenkt das nichts ausmacht aber das geht hier nur kompliziert das war ein Witz das war ein Witz oh Gott du mit deinen russen hm 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 russen wird schnell sag nur nachher wieder muss man es rum schneiden und es raus schneiden aber ne man leg dir vor was du sagst das ist so muss das so schlimm im russen hä sind auch Menschen dort boi so nachdem mal wieder mal einen kurzen Cut drin hat natürlich nicht vom Zielten kommt ich meine hey ich mach mir die ganze Arbeit und schneid wenigstens schon scheiß noch danach und tu das raus cutten ich tu das einfach in mein in meinem Aufnahmeprogramm einfach eine Tast und Sort Cut drücken dass es die Aufnahme kurz pausiert das wäre viel zu lame es gibt es gibt die Funktion und es fänd das auch gemütlich aber ich mach ja für Eis meine Susterwarten Content deshalb würde ich nie einfach nur die Taste drücken sondern tu immer schön brav wie das gehört die so Sachen raus schneiden ja genau wie ich sowas hier auch raus schneiden sollte versuch nochmal 365.000 365.000 wir sind immer noch bei dem Level tja warum wohl aber immerhin wir haben uns bald die Hälfte geschafft immer so weitermachen ich meine immerhin so werden die Parts keine 3 Minuten nur lang sondern halt dann doch so mal 10 Minuten und die machen wirklich ein Part pro ähm Welt normalerweise wären das 8 Part der Lust dass wir jetzt ein bisschen verkackt haben werden das halt 10 bis 12 Part aber das ist ja 10 macht nix ja wer weiß wie viel noch verkackt ist das im richtigen Moment wird der hoppelt musst du unten durchs you don't say mann oder springt einfach über ihn oder was ist das was oder verrückt es gibt es deutlich sollten aber nicht vor allem dazu dazu bezahlen immer den Select Knopf zu drücken wenn wir ein neues beißern einfach so für eine Sklave die kauft man für den Knopf zum drücken nicht effizient hier ja warum ich finde das Konzept von Sklaven gar nicht mal so dumm der Typ äh wohnt bei einem bekommt Essen und wird davon nicht besser wir müssen halt bisschen arbeiten mach ich bekommst einen Strike was ist das für nichts das war es nicht in Asos' Saal gemeint aber mein ernstes Verhältnis ist das man irgendwo arbeitet und es hat Geld einfach da gratis wohnen kann und essen kann ist doch praktisch ist doch praktisch nein ich bin nicht jetzt habe ich das glaube ich gerade hätte es rausgekartet egal AHHHHH das hat aber nicht so Glück mein ich hab die Sprinkel gedrückt und der Feld ist drin aber auch so Rest weil es war lustig sag ja das sind diese funny Moments die gibt's einfach das ist ja auch das Tolle an allem Gameplay das Game Gameplay 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 das Game ich bin noch gesprungen naja das sagen sie alle immer dann sind sie prägnend oh my gosh oh my gosh Sillywissilly ich mach ein Ding JA SUE hoppelt der Hase an dem Fertzeug vorbei endlich wir haben keine 500 Versuche gebraucht hey thank you Mario was die Prinzessin ist an der Assekassel ey ich war bei ich wär sofort der Ausrat zu AHHHHH AHHHHH ich weiß nicht was das heißt richtig das war ein Part hast du ja gut erkannt du klustes Himmel ich bin ein Casanova aber das war immerhin ja jetzt haben fleißige Mädels in dem letzten Video kommentiert die dachten unter dem ersten Part die dachten ey was hin die Ehrlichkeit ist da aber richtig vor allem von Miku her da bist du uuuuuh da bin ich wirklich ein bisschen weiter oben ich mein immerhin der Center hängt ja siehste ja das hat sie immer an sich richtig krasse Fanart ich hab schon gesehen ja also ich glaub der Phil will auch mal eine Fanart das heißt nochmal eine Fanart vom Typ mit dem Hut und der Pril ja das ist es es wurde ihn ja sehr freuen das meistern Kontrolle runter das war nicht mal ich ja doch ich bin nicht mal in näher davon gekommen denkst du nicht? ja mehr 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 als ich Bro mehr als ich au ich bin nicht ein Hund ne das kommt wahrscheinlich wieder Sklavenkonzept oh nein ich arbeite nicht mehr ich bekomme hier kein Geld also bevor es jetzt noch mehr ins Kuriose geht mit Sklaven äh beenden wir einfach mal ein Part würde ich zumindest vorschlagen ja wo ist die Idee? ähm wenn euch das gefällt liebe Damen und Herren könnt ihr ein Like lassen könnt ihr jetzt du ne ich schon vor allem jetzt hier voraus Hallo ihr könnt aber gerne ein Like da lassen wenn ihr wollt und subscriben abonnieren ja tu es jetzt im Nachhinein im Schritt natürlich einblenden wie sich das gehört ja jetzt gibt es so Leute die drücken einfach an die Junge die drücken einfach in dem Streampad drücken einfach an den Knöpfen und dann fügen die es ein als solche ja das mache ich immer bei meinem Stream ja wenn ich Livestream drücke es und Knopfen das zeige ich es an aber das natürlich ist nicht so geil wie weil das macht wenn man es beim normalen Aufnehmen macht ne das ist ich meine ich seh da das hab bei Intro und Outro und ich meine ich könnte immer so alles mit Stindex machen aber das ist viel zu raffiniert und viel zu kompliziert deshalb sag ich jetzt Adios Amigos und wir hätten es Wissenspreisern sollen denn die Zeit in diesem Level ist quasi abgelaufen was uns ein Leben kosten wird Ciao Ciao wir werden sterben